Und der hier nur ein Stück Wind. Ich denke, ne, kein Pornapush abieren. Verstehe ich aber nicht. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Der zweite Hit. Also, mein Mann, willkommen zum zweiten Teil vom insgesamt drei Teilen vom DoQ mit Paul zusammen. Ähm, wie gesagt, die Teile sind mega lustig worden. Schreibt mir gerne Feedback. Schaut euch den ersten Teil an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der wird jetzt irgendwo rechts oben aufploppen, weil sonst macht das Ganze wirklich keinen Sinn. Schaut euch den dritten Teil an, wenn er nächste Woche rauskommt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir Feedback da. Bis denn. Ciao. Boy, shit. Nick, sehe ich so aus, jetzt hätte ich so viel Zeit, das alles zu schreiben. Boy, shit. Nee. Geist, ey. Meine Gummibärchen sind alle Pao-Öl. Was sagt die Welt? Mindestens für zwölf Tage. Warum hast du mich angelogen? Verge. Okay. Ich weiß nicht, ich hätte einen Fass gehabt. Oder sag ein Moist-Chef. Mit ein paar Sekunden war ich zehn Sekunden gefehlt. Dann hat er irgendwie zu viel mit Jan gemacht, hast du das oder so? Er kann einem schon mal den Kopf durchwühlen, der Typ. So, jetzt ist erstmal ein Revolver ausgestattet, damit meine Teamkameraden stolz auf mich sind. Einfach nur, weil ich es kann. Und jetzt werde ich mal richtig spielen. Das war dein erster Kill in der Runde. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin sehr stolz auf dich. Zur Belohnung bekommst du jetzt sieben Backfische plus drei Toaster. Nice. Nope. Nope. Ach, was ist er denn für ein Hong? Er ist noch größer Hong. Wir müssen halt ein bisschen Verständnis haben, weil diese nicht-deutsch und können nicht fliegen. Da können die halt nicht die nötige Fach... Ist der behindert? Bist du auf einen? Die spielen das Spiel wahrscheinlich 24-7. Okay, ich halte jetzt mal ein B. Dafür spielen die so grottenschlecht. Ich habe eine Waffe von so einem Typen bekommen. Ich habe keine Waffe, weil er die aus Versehen gedroppt hat. Ah, die stehen hier direkt dahinter, überall oder so. Da würde ich nicht durchlaufen. Der Revolver mit dem Rechtsklick, macht der da trotzdem genauso viel Schaden wie die Desert? Der Revolver macht allgemein viel weniger Schaden als die da... Naja, mit dem Rechtsklick one-shoutet er jeden. Ach, mit dem Rechtsklick? Ja, weil der Rechtsklick dauert lange. Der ist einfach nur präziser. Nein, 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 stimmt. Das ist der... Das ist der Linksklick, der er one-headed. Mit dem Linksklick machst du gar kein Image. Ach, nee, warte. Ja, ich bin gerade hin. Ich bin gerade echt hin. Ja, der Linksklick ist ganz gut. Der Rechtsklick ist ein Stück scheiße. Der Revolver one-shoutet. Oh, ich war auf ihm draus. Oh Gott. Ey, Paul, kannst du mal bitte eine Runde richtig spielen? Jetzt mal real. Real real. Du spielst mit dem Revolver und baitest deine Gegner. Das ist nicht real. Cooles Kick-Geräusch, mit dem ich mich hier... Ähm... Das ist wie eine Art so nah. Kann ich mich hier zurechtfinden. Wenn euch der Teil gefallen hat, dann schaut gerne nächsten Sonntag in den letzten Teil von dem Ganzen und schaut allgemein Dienstag und Donnerstag in meine anderen Videos rein, die sind auch sehr lustig geworden. Bis dahin. Ciao! Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost. Feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful life. One touch and I hate it.